Hey und willkommen zum neunten Türchen unseres Adventsgeländers und heute haben wir mal wieder ein Rätsel für euch. American Standard Code for Information Interchange. Was hat das denn bitte mit Minecraft zu tun? Stimmt, nichts eigentlich. Hier habt ihr übrigens ein paar Zahlen. So, das war's auch schon wieder. Wenn ihr die Lösung habt, dann geht auf AllesMinecraft und gebt dort eure Lösung ein. Bei Tage neu natürlich. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.